Ich bin mir nicht sicher, ich schwöre, das ist so eine Faule. Ja, es ist nicht einfach, ja, es ist nicht einfach, aber... Es können nur die zwei, einer von den zwei sein. Wer postet denn sowas? Okay. Mal weiter, bitte. Puh, 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 puh. Er schreibt mir sowas. Weiter, bitte. Bitte. Ein bisschen. Teil der kurze Text. Nadima Miri. Wie bist du auf das gekommen jetzt? U21 stand da unten, das TSG. Das war sein alter Verein und... So weit unten habe ich noch gar nicht gelesen. Ich brauche gar nicht mitspielen. Ich brauche gar nicht mitspielen. Doch, du weiter. Schau her. Sehr gut. Achso, das ist das nächste. Ist das französisch? Aha. Gott, das können nur zwei sein. Jonathan da. Hi, machen wir fertig. So, Matchball. Weiter bitte. Wendell Burgess. Was darfst du? Das ist so los, oder? Nein. Ja, weißt du. Wendell Burgess. Du kennst das nicht? Jetzt aber nur mal schnell geraten. Darfst du jetzt mal? Ja, weiter. Smutung. Einen reinen Kehrsam, oder? Hm. Aber der hat ja keinen Instagram, oder? Doch, ich glaub schon, oder? Ja, aber ich riskier's. Nein, warte mal. Lass nur weiter, gell. Du kannst ja bis sieben warten. Ja, ich hab... Jetzt steht's zweimal da. Muss er sein. Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich schwör, das ist so eine Fahle. Ja, es ist nicht einfach, ja. Es ist nicht einfach, aber... Es können nur die zwei... Einer von den zwei sein. Ja, dann... Ja, dann entscheid dich. Ich weiß, ich mach sicher einen Fehler. Ja. Nein, mach nicht. Mach das Unversichtliche. Ja, sicher. Hätte jetzt auch gesagt. Ich mach eigentlich... Lukas oder er? Mach mir nicht sicher. 3-2 steht's, oder? No. Ramos an Özkan. Es ist wieder runter. Nein, spiel noch weiter. Komm, wir spielen noch um die zwei anderen Punkte. Das interessiert mich jetzt noch, wenn einer dabei ist. Kerem Dimmebe. Der hat auch kein Insta. Ah? Schöne ich auch? War gescheit? Ja, das ist wirklich... Ja, das ist... Vorland. Hallo. Halleluja. Hat wer anders geschrieben. Äh... Gut. Jetzt hab ich auch nur an das unten gelesen eigentlich. Hu hua kayate, was da steht. Wie schnell bist du auf der Rambo gut gekommen? Mit dem Koffee. Mit dem Koffee-Break. Das hat er, glaube ich, schon ein, zwei Mal gemacht. Und das war ein bisschen ein geratener. Ich hab schon eine komfortable Führung gehabt. Da hab ich mir gedacht, jetzt was geh ich was. Ich hab dich gewinnen lassen, deswegen. Danke. Habst du dein Selbstvertrauen gemacht? Danke.